Neues, ob ihr Beine stellen könntet, oder wa? Oh, ja. Oh, ja, wa. Lass mal die Achse lüften. Ja, das ist ja gut. Das kann man haben. So, haben wir irgendwelche... Ach so, erst mal herzlich willkommen zurück zu Farmtrucker 2, meine lieben Freunde. Toll, ist wirklich nett. Okay, wir beenden die Folge. Vor allem, es ist strahlender Sonnenschein. Ja, haben wir doch auch, ja. Also, ich bin mal in der Stadt, ich guck mal, was es dafür gibt. Ja. Hier war noch mal die Scheuerung. Hier, meine Hilfe, Bums. Schon mal her, dass ich Rühreier mit Pilzen gegessen habe. Och, Rühreier mit Pilzen, das halte ich auch echt lange nicht. Was, Pilze? Es ist schon eine Weile her, dass ich Rühreier mit Pilzen gegessen habe. Ach. Ja, das sagt er jedenfalls. Lass sie uns jetzt zubereiten. Bist du mit dabei? Boah, kann doch Regen. Zwölf Eier. Wird aber deftiges Mehl. Das ist ja... Wir haben die Quest noch mit diesen Landrassenschweinen. Die könnte ich hier nehmen und abschließen. Ja. Ich mein, ja. Bitte was? Die will 47 Fisch haben. Dafür kriegen wir aber zwei Medaillen. Katsching. Ach so, ach warte mal, ich überlege gerade, wie die Steuerung war, dass ich meinen Traktor hole. Dabei muss ich ja meine Kontrolle anschließen hier. So. Ja, siehst du. Mal ganz vergessen, wie das so. Kriegen wir ein paar Bilder? Und äh, 24, die haben wir... Ja gut, die haben wir mal gekommen, kann er kriegen. Klemmtner. Hm, deine Familie jetzt auch wieder da. Schön. Ja, selbstverständlich. So. Wir haben es abgeschlossen. Ja. Heiderotkartoffel. Ja, das sind die neuen, die roten oder was jetzt mal, ne? Ja. Sollen wir mal... Warte mal, wie sieht es denn aus mit Auberginen denn gerade? Die können wir ja... Ich kann ja hier mal ein paar... Ja, wie gesagt, ich bin ja noch völlig am questen. Ja, questen mal. Ciao. Oh. Oh, guck mal an. Ich gebe dir die... Da will... Also... 24 Diamanten kostet das. Aber dafür kriegen wir zwei Medaillen. Sag mal neun Stück. Ja, das... Mach doch mal. Ja, da habe ich jetzt gerade. Aber die werden wir nicht ausgeben. Nee. Weil... Wir brauchen 20, ne, oder? Ah, oh, schön. Oh, eine Wellenlänge, guck mal an. Ja, siehste. Ähm... Oh, wir können den Korbland... Nee, Korbland nicht. Wutschü. Dave? Äh... Landschaftsbau 20, ja? Dave? Was denn? Guck auf... Unser Geld. Oh, ah, oh. Ähm... Gleich nicht mehr, aber... Das stimmt. Ich bin ja auch bisschen... So. Alter, was? Wir haben 15 jetzt Medaillen. Äh... Ja, ist das... Ist das was Gutes? Ja, noch fünf Stück und dann können wir Landschaftsbau machen. Ach, ja. Oh, ach ja! Jawel! Hehehe. Ja, leck, 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 leck... Nee, ah... Ist ja irgendwo essi-deezy. Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich genauso an. Das ist übersteuert halt komplett. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Spiel selbst auch über... Also ich meine, ich... Entschuldigung, liebe Freunde, das war kurz kurz übersteuert. Guck unser Geld an übrigens. Was ist denn? Warum? Also ja, aber warum? Ich habe nur die Aubergine eingesammelt. Wir sind noch nicht mal fertig. Wir haben noch ganz viele Aubergine angedingsst. Ja, kann ich? Kann ich? Was kannst du? Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist hier... Kann. Das ist jetzt wild, ob wir... Ah, ja! Weil, wenn ich jetzt die gelben Zucchini anpflanze... Witte Lotte Kartoffel habe ich, äh... Witte Lotte Kartoffel? Habe ich auch fertig, die Quest. Ja, ähm, pflanze die gelben, äh, an. Gerne. Dann ist hier aber Zabenduster jetzt hier. Zab, Zabduster. Zip, Zab, Bam, du Bub. Was bitte? Zip, Zab, Bam, du Bub. Ja, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Bist du wohl? Also. Oh ja, das ist wunderschön. So, Heiderot Kartoffel, da brauchen wir 30 Stück von. Ja. Ähm, die muss ich mal... Die muss auch mal. Heiderot, da sind die. Was kosten die denn? Ach, gar nicht so viel eigentlich. Ich sehe gerade, Zucchini brauchen die normale, ne? Sehe ich gerade, ja. Nicht die gelbe, sondern die normale. Die können wir ja auch noch irgendwo anpflanzen. Ja. Dann Apfelsalat und Jerseycook. Haben wir neun, wir brauchen zehn. Okay. Ich werde das ganze Feld hier mal machen mit... Ah, ne, warte. Ich kann daneben ja Rüben anpflanzen. Ja, also Kartoffeln haben wir 45 von 30. Gibt es easy. Ja, die Kartoffeln, die mache ich gerade hier einmal. Sag mal 54, 63. Ja, da wo die Fischer sind, mache ich die gerade fertig. Einfach, damit wir welche haben. Ja, ja klar. Was mache ich denn hier daneben? Normale Zucchini geht nicht, weil die... Was brauchen wir denn noch? Rübe. Rübe? Ach, Rübe. Ja, Rübe brauchen wir. Rübe kann ich aber, würde ich... Also, wollte ich hier machen. Ähm, auch wo die Fischer sind. Nur das Feld gegenüber halt. Ja. Das sind so... Ja, für die Quests halt, ne? Die eine, gut klar, ja. So, die Melone haben wir auch. Melone. Was ist denn Melone? So, nochmal hier. Ja. Alter, das stimmt. Diese Kühe, die waren ja... Scheiße teuer. Ja, das stimmt. Tür ist die Kühe. Ich habe Blödsinn gemacht. Wo waren die Kühe? Wo haben wir denn hier? Tür ist die Kuh. Ja, genau. Das sind doch... Ja, das sind die. Na ja, jetzt haben wir noch mehr Kühe. Ja, sehr gut. 18 Stück. Nö, ist doch, passt doch. Ach ja, man kann das ja automatisieren. Hervorragend. Alles richtig hier. Na gut. Na gut. Oh, ne, die Kartoffeln. Ach, eine halbe Stunde. Das geht. Ja. Und die Rügen hier? Ja, eine Viertelstunde. Nur Ressourcen. Ich kann auch mal ein Bild hier abholen, glaube ich. Ach, die Bäume hast du auch noch. Ach Gott, das ist ja... Ja, ja, die haben wir auch noch. Ja, ja, die haben wir auch noch. Das haben wir gemacht. Ja. Das Geld. Ja, da haben wir ja wirklich. Oder die Waldfee. Ja, ist doch hervorragend. Ach, die Blume haben wir ja auch noch. Ach, du Scheiße. Ja, ja, genau. Die haben wir auch noch. Ah, halleluja. Perfetto. So. Wie sieht das denn hier in der Maus überhaupt, wenn das alles voll ist? Ich sammle mal die Blumen ein hier, ne? Ach, du Scheiße. Wir haben hier hinten noch die Köbis. Ach, du Scheiße. Das Riesenfeld. Das Riesenfeld habe ich ganz vergessen. Scheiße. Ja, können wir eigentlich neun Blumen anpflanzen, oder? Bei so viel Geld. Das stimmt. Aber was ist denn jetzt eigentlich das nächste? Also wir haben hier Chinatulbe, Gänse und Pinke Nelge. Ist tatsächlich das nächste? Die orange Prinzessinnen-Tulbe. Hm. Okay, mein Tank ist leer. Ja, kannst du dich betanken? Ja, mach ich mal. So, siehste. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen alle Blumen. Ja, fein. Scheiße. Scheiße, das Feld hier. Jetzt habe ich ja... Ach Gott. Ja. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal so einen Tank hinstellen, oder so. Ja. Der kostet natürlich wieder... Der braucht wieder Medaillen. Ach ne. Dahinten steht doch einer. Ja, wir haben ja eigentlich nicht platziert. Ja. Wir haben uns ganz kurz zur Stadt wieder verkaufen. Ja. Ja. Hier. Können wir noch ein bisschen behalten. Das geht nix. Hm. Das ist so... Meine Fresse. Was denn? Ja, ist doch gut jetzt. Von den Ding. Von den Ding. Von den Ding. Von den Ding. Du bist jetzt. Das ist's. Jawohl. Ne, die Birnen behalte ich mal noch, weil durch diese Marmelade da... Ja. Kann man wieder neue einsetzen. Ja. Wir haben 16, 20 bräuchten wir, dann kriegen wir nochmal zwei Medaillen. Oben drauf. Achso, du hast bei dem Schild die Aubergine drauf gemacht. Verstehe. Ja, na klar. Ja, verstehe. Ich wollte erst noch OF draufschreiben. Oh Gott. Ja, öh. Und ein paar Wassertropfen. Was sprengt nach daneben. Wie hochst du denn beim Salat gerade? Achso, da geht noch was. Ja, ja, da geht noch einiges. Wie lange wir's noch anpflanzen können. Achja, hätte ich auch noch machen können. Stimmt. Die Sorini. 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 Hier brauchen wir echt noch einen zweiten Tank. Das ist uff. Hm. Verkaufstauung mit Tank leer. Ja, super. Ja, wir haben ein bisschen Geld. Ja. Ein bisschen. Äh, Stufe 30 sind wir auch mittlerweile. Oh, guck mal an. Wunderschön. Will ja was Neues kaufen vielleicht. Anscheinend dürfen wir. Für 1700. Oh, wir dürfen, neues Gebiet. welches nehmen wir welches nehmen wir also das nicht so ne da ist eine erhöhung sowieso ja hier nee war nicht irgendwo ein feld wo wir halt viele fischer haben oder sowas schon ich weiß nicht mehr genau ich weiß jetzt gerade auch nicht die monocross bahn machen wir auch nicht hier ist mario circle 3 ja wirklich hier sind noch mal fischer aber mir zu aber zumindest ist das feld hier komplett oder nicht komplett doch komplett nicht ganz ja so hier wo die hühner drauf sind ist ja gut man können jetzt wenn es dann zu weit ist dann wieder abflachen und darauf an wie teuer das dann wieder ist ja das ist ich guck gerade mal auf die map aber auch nicht wirklich weiter vielleicht das hier einfach damit wir halt so eine verwinkelte fläche haben sondern ach so dass man es eher so ja ja obwohl es sogar noch relativ obwohl nicht ganz gerade oder ist das gerade nicht du meinst eben doch es ist eben hinten satz jahre ne ja 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 und von aber gut das bisschen ist ja ok oder ja das könnte man absenken oder irgendwie so weit man könnte jetzt zum beispiel in der mitte das könnte ja ein riesenfeld werden da ja genau im wasser weg und alles ja das gebiet ist ja das kann man machen oder alter nur von dem war aber du warst auch als wir angefangen haben was noch ein level über mir nach nur vom einsamen jetzt von den ganzen kram bin ich drei level über dir ja du siehst wie das raktzeug geht es ist das geht echt schnell also wenn du dann halt wirklich nur das heiler wird solch hast ja 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 über lindski wir können aber das fällt hier nehmen das sieht gut aus schon flach ja gut hier hinten so ein bisschen wieder da ist es ist die flach das geht nach unten geht das nicht gerade oh ja stimmt ne also gibt es denn hier noch feines ich meine wir sind ja nah dran an der an dem terraforming kam ja ja klar aber wenn ein großer berg ist dann weiß ich nicht weil ich weiß ja nicht wie es bezahlt wird mit diamanten geld ja das die frage wahrscheinlich wahrscheinlich pro quadrat und sowas ne ja ja ich gehe ich davon aus auch so wie die acht guckern ja na klar regnet wow die sind fertig alle ja das sind nur 18 minuten was sie brauchen die gelben sorinis ach krass ja die gehen rückzack gehen die aber bringen dann halt auch ne dementsprechend ja 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 also mir egal wenn man wegen 1 sie haben alle ihre vor und nachteile dann ja klar ist auch noch ein bisschen was drei minuten sind die auch schon fertig ach guck mal wo war das eine gebiet da wo ich sagte oder wo wir gesagt haben ja genau ich würde auch sagen dass hier nur reist die mauer ab bitte da sind auch üben drauf ne guck mal an ja geht es wieder runter hier ist ein bisschen see hier sind affe baum und die menge würde ich mal so stehen lassen ja solange sie da noch mal kurz was zu ernten haben ja auch noch ein großes gebiet ist ja 33 ja gut ist ja auch nicht mehr weit entfernt wo bist du ja drück mal auf die karte und dann wählen wir busstation oder haus aus mit dem joystick ach so das geht ich glaube jetzt verstehe ich auch diese bus haltestellen die du mehrere kaufen kannst ja das macht ja natürlich sinn ja das wussten wir natürlich sagt klar natürlich das ist ja vielleicht ist also ja ich habe noch nie mal monitor an ne 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 kacke scheiße ich fahre hier noch mal kurz über das feld ach so ja kommst du mir entgegen alles klar dann nimm du es rein hier warst du mal die rüben um zu gucken was ist denn als nächstes denn dann ja die rüben machen wir als hoffeln sind glaube ich am feld gegenüber die brauchen glaube ich noch ah ne die sind noch nicht fertig ne die brauchen noch sechs minuten ja easy die rüben machen wir erst mal ja kiefer wo haben wir denn den kiefern stehen ja vorne bei dem sind das die genau okay ich glaube davon brauchen wir mal noch ein bisschen mehr ja da könntest du ja wieder ein paar anpflanzen ja ich glaube das mache ich gleich mal hier sind okay die wurden schon geholt entscheidend da ist nichts drin genau der hatte ich vorhin geholt ja dann vielleicht hätte ich noch mal welche hin bitte ach so die hast du vorhin geholt dann kann ich die eigentlich wegreißen hier die kannst du wegreißen und dann ja so was wollen die was ist das denn kichererbse oh okay alter kaufen 2950 ertrag 3825 erfahrung 130 ja geil eiselkürbis ich würde die ja hinten machen wo die sprengler sind oder ja würde ich auch machen das hört sich gut an also wenn man die mal nicht jetzt anpflanzen das geld ist gleich weg kann ich ja sagen ja alles gut aber aber ja 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 k